Nubliez jamais Nubliez jamais ist französisch und bedeutet vergessen Sie niemals. Und diesen Hengst sollten Sie wirklich niemals vergessen, denn in Sachen Eigenleistung und Abstammung handelt es sich um eine ganz außergewöhnliche Offerte. Nubliez jamais setzte unter der jungen Ariane Muff seine Siegesserie in Essspringen fort. 2011 hat er sich bereits mit 8,4 für das Bundeschampionat des fünfjährigen Springfields qualifiziert. In diesem Jahr war er auch Top-Offerte der 75. Jubiläumsauktion in Vechta. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nubliez jamais stammt aus dem ersten Jahrgang des US-Siegerhengstes und Bundeschampionatsqualifikanten Nintendo. Die Mutter, Lady Capriola, war selbst in Emspringen siegreich. Der Muttervater, Calido I, gehört zu den bedeutendsten Hengsten der Holsteiner Zucht. Aus der Großmutter Carrie stammen die große Preissiegerin Hilla sowie weitere Top-Pferde. Außerdem ist die Großmutter zum gekürten Weltcup-Jumper Untouchable. Die Urgroßmutter Malwine brachte den Team-Europameister Crocodile Man unter Kevin Stott. Holsteiner Leistung stamm 18A2, aus dem unter anderem die Hengste Klassiker, C. Trenton Z, Jean-Bertin, Chamonix und Linaro kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017